erst mal wo ist er denn ganz weit weg ja ich bin schon mal vorgelaufen kannst ja hinterherkommen oder nicht zu mir porten ja dann porte ich doch lieber weil dunkel draußen habe ich angst alleine bist du denn hier natürlich der bett vergessen mir zu nehmen ja ich auch aber hier sind ja welche monster jetzt will ich mir essen braten es macht hier irgendwelche dinge ja ich muss meine rüstung haben und eine neue spitzhacke immer eben aufs klo macht das da waren ja vier chickens das war nur zwei ich meine ja schmerz war nicht erst mal weg hier auch von braten kartoffeln kartoffeln das reicht aber nicht braten war ein holzschwert auch mal das reicht nicht scheiße ist hier kein krempel drin verbrennen kann oder hier die dinge hier hier kriegt keiner ja die aber hier bin du komm komm du komm Ich nehme mal ein Bittelsen an, da. Apfel... frischen Apfel... Wieder da! Okay... Musst du mal eben da ein bisschen auseinander nehmen, ich brauch Holz zum Verbrennen. Achso, ich hätte Kohle... reichlich. So, einer ist übergeblieben. So... So... Ich schlau... Ich schlau... Oh geblieben aber was ist denn mit dem kupfer los was soll damit los sein ja ich kann mir nichts bauen aus dem kupfer zum aus kupfer bauen rüstung spitzhacke schwert so was doch gar nicht doch zumindest werkzeug brauchen bötchen 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 muss erst mal eine bomb füllen Okay. hast ein bötchen wird was hast du ein bötchen noch nicht bitte schön danke tausend heile darin da jetzt so durch oder ja quasi an dem wasserfall vorbei und dann müssen wir uns ein stück östlich halten so interessant aber ich da ja sie geil aus es wäre ein komete durch geflogen so was ja muss er jetzt hin servo ja aus den schlangen eiern ganze übrigens ein omelette machen ja lecker danke ich verzichte es fast so wie rattenburger oder zombie fleisch warten ja wenn man nichts anderes hat war dann ist man hat auch ich habe mich nicht beklagen auch 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 Vielen Dank. Plätscher, Plätscher. Voll das Geplätscher. Voll das Geplätscher. Scheiße, ein Rasttaste. Was hat der für eine komische Insel hier? Wer soll das mal schön wegrendern da? Was hat der für eine komische Knusperinsel hier? Da ist schon was größer. Sieht aber seltsam aus. So Sand, Wüstensand und dann sind es andere komische Steine. Ja, gebrochener Sand oder so heißt das. Wer rennt, hat aber gar nicht. Ah, dauert es. Dann muss er erstmal raffen. Wie sind wir hier überhaupt? Arsch, der Wild wahrscheinlich. Ich muss doch eben auf die Karte gucken. Äh. Au. 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 Was ist denn, ey? Scheiße Wochen. Oh, festum. Ich finde da so eine schwebende Festung. Ja, ich verstehe da nicht, dass da nicht mal gescheit aussehen kann. Ah, jetzt kommt was. Ah, jetzt kommt was. Das ist wieder die scheiße Karte, wieder nicht, ey. Unglaublich. Und drin. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Scheiße, hey. Ja, eigentlich könnten wir jetzt mal weiter Richtung Norden fahren. Okay, wir sind auf dem Wasser. Ja, dann mal Richtung Norden. Hallo? Was? Ja, das ist... Ja, das ist... Untertitelung des ZDF, 2020 Weit und breit nur Wasser Ja, wobei es auch nur wieder irgend so ein Binnensee oder so Nichts Großartiges Titikakasee oder was? Der Name habe ich ihm jetzt noch nicht gegeben Weiß schon, hat er Richtung Westen fährt? Was das war? Ja Weiß er gut Ich fahr nach Korte Aber mir lädt immer wieder nicht Ich fahr nach Korte Ich fahr nach Korte Ich fahr nach Korte Wann wollt ihr eigentlich da hinfahren? Ja, ich denke mal Essen gleich noch etwas haben Ich fahr nach Korte Ich fahr nach Korte Ach nee irgendwie ausgekotzt was noch besser ist so voller gerade wo ist er denn jetzt hin ich guck mal ein eimer weg ich dümpel hier rum weil ich gerade auf der karte gucke wo wir sind wenn wir jetzt zurückfahren würden zu der festung wo wir hergekommen sind dann ist da sogar noch ein dorf ja wann warst du denn so los zum proberaum das ist mir grundsätzlich egal ich fährst genau in die andere richtung ja ich habe gerade die frikadellen zu gemeldet kriegt ja 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 ich habe es immer noch nicht fertig gebracht ich habe es immer noch nicht fertig gebracht einen rucksack zu bauen einfach keine kühe die sind immer nur dabei wenn man sie gerade nicht braucht wenn man sie gerade nicht braucht ja 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 Untertitelung. BR 2018 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 Bis jetzt 6 8 Ja, wenn du das so rechnen möchtest. Nee. Ja, genau. So sieht das aus. 20 Bären hier rumrennen, aber keine Kuh. Hier rennen nur Bären rum. Was ist das denn, ey? Ist das hier ein Zoo oder was? Zoo? Ja, nur Bären hier. Überall. Und werfen die dann ab? Werfen die überhaupt was ab? Keine Ahnung. Ich glaube, ich glaube auch dieses Zeug da heißt, äh, Föhrheit heißt. Was? Ja, Fell, glaube ich. Mal gucken. Halt werfen die ab. Halt werfen die ab. Brauche ich aber nicht. Auch Leder. Für den Rucksack. Ja, aber da kann man sich mal ein Höschen draus machen. Ja, stimmt. Da geht ja auch, wa? Sodass. Das sollte. Ja, du Furgle. Ja, du Furgle. Die Kleine schmeißchst natürlich nichts ab. Der ist nur typisch. und auch 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Endlich kann ich mir ein Höschen machen WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Weg von dem Gesumme hier ey, bist ja bekloppt worden WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war's. Da kriegt man sogar Leder raus in der einen rein. Ja, auch gerade erst festgestellt. Das ist ja praktisch. Das reicht noch nicht. Kacke. Yeah, Rucksack. Naja, da fehlen mir noch zwei. Ich bin ja zwar mit dem nackten Arm rum, aber Hauptsache ich hab'n Rucksack. Ja, warte. Nimm mich einen Rucksack. Dreck mal ganz in die Scheiße reinladen wie er ist. Ich bin ja nicht. Ich bin ja nicht. Ich bin ja nicht. Ich bin ja dunkel. Mal eben geschlafen. Hm. Jupp. Geh mal weg da, du stehst am Weg. Du brauchst nicht so blöd gucken. Geh raus. Geht da vor der Tür eh. Endlich. Gib mal. Mach. Eh. Mach. Nummer. Jahrh. Naann. Autosierung. Rein. Sarans. Okay, wir machen B.I.A.R. Okay, wir machen B.I.A.R. Wir sind keine Dörfer mehr in der Nähe. Schon alles ausgebeutet? Scheint wohl. B.I.A.R. 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 B.I.A.R.